Mit unserem Warmlufterhitzer AlphaFlow Automatik erlzen Sie Industrieräume, die nicht an ein Zentralheizungssystem angeschlossen sind. So profitieren vor allem Besitzer von Werkstätten, Industriehallen, Lagerräumen, Kellern oder Garagen von der besonderen Funktion des AlphaFlow Automatik. Das Besondere an dem Ofen, er erzeugt Wärme mit den meisten Abfallölen. Und so können Sie bares Geld sparen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die integrierten Sicherheitssensoren nennen die Brandgefahr ein. Außerdem verhindern Sie das Überlaufen der Brennschale und somit erhebliche Verunreinigungen. Sie profitieren auch von unserer aktiven Produktionsentwicklung. Nur so können wir Ihnen unseren Warmlufterhitzer AlphaFlow Automatik so günstig anbieten. Und auch die Handhabung ist denkbar einfach. Sie füllen das Heizöl in die Brennschale und entzünden es in der Brennkammer, zum Beispiel mit einem Stück Papier. Zum Heizen können Sie diesen Allesfresser mit Abfallölen wie Motor, Getriebe, Hydraulik, Antriebs- oder Pflanzenöl füttern. Dadurch sparen Sie nicht nur bei der Beschaffung von Brennstoffen, sondern auch bei den Entsorgungskosten für Ihr Altöl. Nach 10 bis 15 Minuten schalten sich Kraftstoffpumpe und Lüfter ein. Der Ofen beginnt mit der eigentlichen Verbrennung des Öls. Jetzt können Sie den Warmlufterhitzer zwischen 17 und 33 kW regulieren. Wir arrangieren den Versand Ihres Warmlufterhitzers. Zuverlässig, schnell und unkompliziert. Künstlich, sicher, schnelle Lieferung, unkomplizierte Garantieabwicklung. Bestellen Sie Ihren AlphaFlow Automatik noch heute. Unsere fachkompetenten Berater sind für Sie da. Ne The The Untertitelung des ZDF für funk, 2017